Hallo nette Menschen, wir sind wieder mal bei Crosskult hier auf der Comic-Con in Stuttgart. Die liebe Jenny ist bei mir und die Jenny wird euch mal was erzählen über diesen tollen Verlag und den Neuigkeiten. Was gibt es ein schönes? Ja, hi erstmal. Ich bin Jenny. Ihr habt mich ja schon mal vielleicht bei einem Video bei euch gesehen. Ja, lasst uns doch zunächst über The Spider King sprechen. Wir haben den super coolen Zeichner auch hier, Simone D'Armini, kommt aus Italien, lebt jetzt aber in Schottland und der kommt zum Zeichnen und das ist so unser Indie-Krache des Jahres. Ich bin ja immer so für die Indie-Titel wie Headlopper und Co. dazu haben und da wollte ich unbedingt The Spider King, Creator-Owned Comic auch lizenzieren und ja, also was gibt es da groß zu sagen? Aliens vs. Wikinger in einem ultimativen super merkwürdigen Kampf. Okay. Ja, gebt's euch. Gebt's euch. Gebt's euch. Genau, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Gebt's euch. Und was gibt's noch Schönes? Ja, Geiger auf alle Fälle. Ah, Toni kennt sich mit Geiger aus. Ja, bitte. Kamerakint Toni übrigens im Hintergrund. Warte mal, ich wink für dich so. Ja, unbedingt Geiger anschauen. Einer der coolsten Comics aus diesem Programm für mich. Auch einer meiner Top-Titel. Schnappt ihn euch. Schnappt ihn euch. Da gibt's noch ganz viel mehr. Das wird ein ganz großes Universum. Okay. Das sich die Ungenannten nennen wird. Ah. Ja. Mit wie viel kann man da rechnen? Wie viele Ausgaben, Bänden? Fünf, sechs, sieben vielleicht. Okay, krass. Ja. Also da gibt's viele Charaktere, um die es geht dann in diesem Universum der Ungenannten. Und zu den Charakteren dann halt auch mehrere Bände. Also auch Geiger ist nicht abgeschnitten. Aber das hört sich auf jeden Fall bombastisch an. Kann man sich ja mal gönnen, ne? Ja, superhot dann Grendel. Ist jetzt auch ganz neu. Okay. Macht man auch nichts falsch mit so einem guten Schurken-Klassiker aus der Feder von Matt Walkner. Okay, cool. Wir ziehen da halt so ein kleines eigenes Ding auf mit Best-of-Bänden. Schauen nach den coolsten Storys und binden die dann in einem Best-of-Band zusammen. Fünf soll's geben. Sehr schön. Auch supercool. Saugut. Warte, da kommt noch was. Warte. Das sind jetzt so die coolsten Sachen. Ja, Moment. Also, muss ich da vielleicht mal überlegen. Was haben wir denn noch so? Habt ihr jetzt Kartenspiegel? Ne. Wir haben Tarots. Tarots? Das Tarot del Toro. Wollen wir das mal anschauen? Ja, machen wir. Sie kommt gleich zurück. Kurze Werbung. Es gibt jetzt Tarots, Leute. Ja, einmal das Tarot del Toro. Oh, warte. Schau. Warte, ich dreh's um. Ein supercooles Stranger Things Tarot. Cool. Wie seid ihr denn jetzt darauf gekommen? Das hat sich einfach so ergeben. Bei uns im Verlag sind wir große Julien-Model-Toro-Fans. Ah, okay. Und ja, da hatten wir dann die Möglichkeit auf diese Lizenz. Ja. Und dann haben wir das mal ausprobiert. Ja, sau cool. Also durch Hellboy, wisst ihr, und die ganzen Aspekte war da schon ein Bezug zu uns. Ja. Dann haben wir gesagt, ab geht's. Und das ist tolles Artwork. Das Handbuch, das da drin ist, ist ganz fantastisch. Und ja, eine coole Nummer. Ja, und das Stranger Things Ding, das war halt auch ganz nett. Wir dachten, ein Tarot, warum dann nicht auch zwei? Und dann kam das Stranger Things Tarot auch noch dazu. Und halt super authentisch, coole Karten. Ja. Auch die im Arcana, also so heißt es halt in den Tarots, sind super nice mit den Charakteren. Ja. Ja, und das ist richtig cool. Ja, ansonsten haben wir ja auch unser Kinder- und Jugendbuchlabel gelauncht. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ein bisschen. Und da ist einer unserer kurzen Comic-Titel. Moment, ich muss noch mal kurz weg. Hier kommt gleich Werbung. Oder seht einfach mich an. Ich bin auch sehr schön heute. Oder seht euch dieses Tarot noch mal an. Kauft dieses Tarot. Warte. Oh, ich schneide den ganzen Scheiß einfach raus. Ja, so schaut's aus. Kann ich auch machen. So, hier. Das ist dann mein, ähm, ja, Jugend-Comic-Liebling quasi, Sheets. Eine super, super coole Story, ja. Um was geht's? Ja, am Ende bleibt uns nur ein Bettlaken. Und darum geht's eigentlich auch ein bisschen. Es geht um das Mädchen namens Marjorie Glatt und die freundet sich mit einem Geist namens Wendler an. Und in dieser Welt ist es so, nach dem Ableben bleibt uns, was so die Identität betrifft, nur noch ein Bettlaken. Okay. Und auf das muss man auch gut aufpassen und das auch regelmäßig waschen. Und da passt es ganz gut, dass Marjorie Glatt in einem Waschsommer arbeitet. Okay. Sehr cool. Ja, eine ganz tolle Sache. Und das ist quasi so der Comic-Start für unser Kinder- und Jugend-Label. Okay, cool. Und dann folgen dann, ja, noch weitere Titel. Geheim. No. Der Delicates ist dann der Folgeband zu Sheets, also kommt dann noch. Ja. Und dann haben wir im nächsten Programm auch so coole Sachen wie Wolfwalkers. Kennt ihr das? Nein. Von Book of Kells oder die Melodie des Meeres, die Filme, diese Animationsfilme. Okay. Und da ist Wolfwalkers kommt er halt auch her. Und da machen wir die Adaption. Und wir bringen noch Fans. Für alle Fans aus dem Boys Love-Bereich und Fans von CS Packard, die dürfen sich freuen. Das kommt dann da auch noch in unserem Label. Ja, saucool. Ein Haufen neues Zeug. Sehr schön. Mhm. Fällt mir gut. Ja, kommen wir doch zu den persönlichen Fragen. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's super. Jetzt auf der Con. Wir können uns alle sehen. Keine Masken mehr. Befreit von den Masken. Genau. Wir können uns alle wieder anatmen, endlich. Fantastisch. Ja. Ja. Es gibt ja auch noch andere schöne Krankheiten. Oh, das stimmt ja. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. Erkältung, schnüpfen. Oh Gott. Jetzt wo du es sagst, ja. Ja, nee. Wie ist es für dich so, hier auf der Comic Con wieder zu sein? Ich freue mich immer sehr. Ich mag den entspannten Vibe von der Stuttgarter Con. Ja. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wer sich dann halt alles so zu uns verirrt. Wer dann hier da ist und uns besucht. Und ich mag dann halt auch mit euch sprechen. Ja. Und ja, da freue ich mich jedes Mal sehr arg darauf. Und ich meine, es ist Heimspiel. Das ist für euch natürlich schon sehr geil. Ja, es ist genau um die Ecke. Da muss man halt auch am Start sein. Das ist auch cool. Eine Frage habe ich noch. Wie stehst du zu Ananas Pizza? Absolut widerlich. Okay. Damit beenden wir dieses nette Gespräch. Es war mir eine Freude, wie immer. Und wir schauen weiter und überraschen euch mit dem nächsten Interview gleich. Später oder so ähnlich. Macht's gut. Ciao, ciao. Jetzt seid ihr bei mir. Hallo, herzlich willkommen, nette Leute. Nette Menschen da draußen. Wir sind, soll ich sagen, bei Sascha Dörp. Ne, da waren wir erst. Jetzt sind wir bei André Lux. Hi André, wie geht's dir? Oh, ich bin müde. Hallo Florian. Warum bist du müde? Weil man für eine Comic Con immer relativ früh aufstehen muss. Das bist du nicht gewohnt, willst du damit sagen? Ja, wobei ja, ich muss im Job schon auch relativ früh, aber nicht so früh aufstehen. Ich stehe schon immer, wenn Comic Con ist, einfach damit ich alles vorbereiten kann und so schon immer so kurz vor sechs auf. Und das ist wirklich nicht meine Zeit. Du hast Heimspiel hier in Stuttgart. Hast dich gefreut? Ja, voll, voll. Also mega. Vor allem, ich war letztes Jahr auch da. Da hatten wir auch schon ein Interview. Genau, das war auch schön. Ach, wir hatten schon mal eins. Ja, okay. Also, das war's. Ciao. Kauft euch alle meine Bücher. Ne, also klar, ich freue mich immer, wenn es in Stuttgart ist. Einfach, weil ich es natürlich entspannt habe. Ich kann von Cannesstatt aus direkt mit der S-Bahn durchfahren, kann hier aussteigen. Auch der Aufbau ist dann relativ einfach für mich, weil ich halt Freitagabends direkt nach dem Schaffen herfahren kann und das ganze Zeug hier reinkarren. Im Normalfall ist es dann so, dass die ganzen Sachen dann auch schon stehen und dann kann ich schon locker irgendwie bei allen vorbeilaufen, die ich halt auch kenne. Das finde ich immer ziemlich geil noch so im Vorfeld. Also ich kann das Ganze sehr entspannt angehen. Das ist was anderes, wenn ich jetzt bei anderen Comic-Cons in Dortmund oder sowas bin, da ist alles ein bisschen, ja. Nicht so gechillt, ne? Ja, man rusht halt so durch und dann will man aber auch noch was sehen und dann will man noch mal allen Hallo gesagt haben und so. Und am Ende hat man davon nichts gebracht und das ist immer sehr frustrierend. Da hast du wieder recht, ja. Ja, und hier ist es halt so, dass ich schon Freitagabends quasi schon Michael Wild, Crosskult, hier, keine Ahnung. Und dann kommst du doch hier, du mit dem Tony vorbei und dann ist alles perfekt. Ja, dann kann man alles abhaben. Ja, Comic-Con Stuttgart ist so ein bisschen Family auch, ne? Also finde ich, das hat sich so eingebürgert. Man kennt so seine Leute und dann geht man immer wieder hin und dann ist alles gut. Ja, und ich finde auch, also ich weiß auch ehrlich gesagt nie, wer wieder alles kommt und es kommt aber, also ich geh jetzt seit fünf Jahren hierher und es kommen wirklich immer die gleichen. Also es kommen natürlich sehr viele neue auch dazu, aber von den Leuten, die ich kenne und mag, die sind immer da, ohne dass man sich im Vorfeld irgendwie abgesprochen hat oder so. Also, hey, seid ihr auch da? Gerade der Julian hier, der Captain Qui, der ist ja auch immer da. Ja, habe ich gestern auch getroffen. Kumpel aus Fürthal, ne? Ja, genau. Das ist halt bei uns. Spitzentyp. Ja. Also ganz, ganz tolle Menschen. Deswegen freue ich mich auch immer so auf die Con, weil ich dann immer weiß, ah, es ist so, wie du sagst, so ein bisschen ein Familientreffen und so ein Rumhängen mit so Kumpels. Weißt du, was schlimm wäre, wenn jetzt diese ganzen Leute, die man so mag und hier trifft, so einmal im Jahr, wenn man sich dann abends noch in der Kneipe treffen würde? Ich glaube, das wäre der übelste Abfuckhammer, weil wir würden alle total abstürzen. Ja, erstens das. Also ich glaube, du hättest echt einen krassen Abend so, weil du musst ja mit jedem noch anstoßen, dann kommt ja hier noch ein U so um die Ecke oder keine Ahnung. Und ich meine, du wirst ja auch keinem so richtig gerecht, weil ich glaube, Sascha Dörb und ich, wenn wir mal an einem, also ich glaube, wir könnten fünf Stunden lang nur über Filme labern. Ja, wahrscheinlich. Oh, das heißt, ich würde halt früh um sechs Uhr noch dort sitzen. Wahrscheinlich. Und dann, ja, der ist diesem Siegalt, das ist der Beste, nein, niemand, ich bin schwarzenig. Also, so wäre das wahrscheinlich. Boah, krass, ey, musst du dir mal vorstellen. Sonntags wäre dann keiner hier. Nee, oder halt in einem echt schlimmen Aggregatzustand. So, oh, voll. Boah, ich bin zu Sascha Dörb. Geil. Nee, Sascha Dörb, Wahnsinns-Typ, war auch vorher hier bei mir am Tisch. Und es war dann auch jemand da, der sich für was interessiert hat. Und wir natürlich nur am Talken so, ja, hier, Alarmstufe rollt zwei, hast du gesehen, war ja auch hier, da war er nicht mehr ganz so in Shape. Oh, guck mal. Kaum redet man, kaum redet man, das Ding ist egal. Schon fällt ein Merch vom Tisch. Sehr schön. Der oder das Merch. Keine Ahnung. Die Merchants. Egal. Sell Merch. Erzähl mal, du willst nicht drüber reden, hast du gesagt, weil du dauernd schon drüber reden musstest, aber du hast ja auch comic-technisch was rausgebracht, was Neues. Ich habe ein neues Buch rausgebracht, ja, ganz unverhofft, muss ich sagen. Robert endlich eingeschult, heißt es. Ich habe hier die Tasse. Das Buch selber gibt es bei Crossgold am Stand, deswegen gibt es es hier nicht. Ja, also unverhofft sage ich deshalb, weil ich habe das schon im ersten Lockdown 2020 angefangen, halt so nebenher, weil ich halt Bock hatte, mal wieder so eine auserzählte Geschichte wie bei Lars der Agentur Depp zu machen. Ja. Und da lag es irgendwie nahe, so das Thema Grundschule, weil ich ja im Grundschulbereich arbeite, hauptberuflich, und weil mich da halt viele Dinge beschäftigen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe diesen Charakter erfunden, Robert. Und dann habe ich irgendwie gezeichnet und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, wie das halt so ist bei Projekten. Dann lag das irgendwo in der Schublade rum, dann habe ich es irgendwann wieder gefunden, dann habe ich wieder ein bisschen dran weitergemacht, dann habe ich angefangen, das zu skripten, um irgendwie am Ball zu bleiben. Weil, gerade wenn du eine auserzählte Geschichte hast, dann kannst du nicht ins Blaue reinzeichnen. Das habe ich bei Lars der Agentur Depp auch gemerkt. Okay. Und dann habe ich mir zu der Zeit, weil es nicht anders ging, ein Coworking-Space gemietet, damit ich in Ruhe arbeiten kann an dem Teil. Und dann saß ich da und habe dann da einmal die Woche abends konzentriert daran gezeichnet und dann war es irgendwann fertig. Und dann war es halt da und ich fand es toll, aber ich wusste dann erstmal nicht, also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass entweder der Ventilverlag, der meine Cartoon-Bücher macht, oder Crosskult gleich sagt, ja klar machen wir. Echt? Weil, warum sollten die das auch so schnell machen? Weil, ich meine, das ist ja auch, es ist ja völlig klar, was ich für ein Standing habe. Ich meine, ich verkaufe jetzt keine 15.000 Comic-Bücher, wie zum Beispiel Tobias Vogel oder so. Ach der, ja genau. Und deswegen finde ich das immer geil, wenn dann die Verlage gleich sagen, hey, nee, wir mögen dich, wir arbeiten gerne mit dir zusammen. Bei Crosskult ist es auch so, dass ich immer persönlich vorfahre, also weil die halt in Ludwigsburg sind. Und dann hatte ich das dabei und dann war das eigentlich auch kein Pitch, sondern wir saßen einfach am Tisch und haben schon darüber gelabert, wie das ganze Ding aussehen soll, was für ein Format es erscheinen soll. Und dieses Vertrauen, muss ich halt sagen, also ich lobe diesen Verlag ja immer so mega. Und da kann man mir natürlich Befangenheit unterstellen. Nur ein bisschen. Aber es ist halt wirklich so. Also ich lege das auch gerne offen. Es ist wirklich transparent. Es läuft so angenehm und so toll und wertschätzend vor allem ab. Also finde ich Wahnsinn, dass die dann sagen, klar machen wir das hier, das Robert-Buch. Warum sollten wir es nicht machen? Finde ich irgendwie, ja, mega geil. Schönes Vertrauen auch, ne? Ja, und dass es für die auch so indiskutabel ist. So, ich schicke denen das Teil, es war ja auch alles noch gar nicht fertig bearbeitet, aber einfach so, dass sie eine Idee davon haben, in welche Richtung die Geschichte geht. Und dann sagen die, ja klar. Ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft halt. Du schickst da hin und sagst, ey, der Luchs hat mir was geschickt. Ja, mach mal. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob es so läuft. Das wäre natürlich schön. Aber das Ding ist halt, mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, halt gerade mit der Jenny und Silvano, diese ganzen Crosskult-Leute, die sind alle geil. Und vor allem, du schreibst halt irgendwie kurz so, ich will ja auch nicht immer zu Divenhaft sein, wenn irgendwie was Neues kommt, aber manchmal habe ich dann schon das ein oder andere, was ich vielleicht gern ein bisschen anders hätte. Und dann schreibe ich halt kurz, hey Silvano, können wir das vielleicht so machen? Ich will jetzt nicht wieder große Rockstar rüberkommen. Und dann schreibt er mir halt innerhalb von fünf Minuten zurück, ja klar, ist geändert. Okay, geil. Also, ja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ich habe jetzt schon wieder ein Projekt, an dem ich lange schon arbeite, seit ein paar Monaten. und ich bin sehr gespannt, ob die dann dastehen und auch wieder sagen, klar machen wir, ohne hier mit der Wimper zu zucken. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe gar nicht viel Rezensionen oder so gelesen, gar nicht so viel Feedback bekommen zu Robert, endlich eingeschult. Wir haben auch nichts gemacht, weil wir nichts haben. Ah, okay, wir haben kein Belegexemplar gegeben. So was wir nichts haben, können wir auch nichts machen. Ja, also ich kann dir, also ich erzähle jetzt mal die ganze Geschichte. Um was geht es denn mal, Robert? Erzähl mal die ganze Geschichte, genau. Ich erzähle überhaupt nichts. Ach so, überhaupt nichts. Du musst es lesen. Ja, natürlich. Wir auch da draußen. Habt ihr mittlerweile eins? Okay, weil du warst ja jetzt zwischenzeitlich schon dort drin. Ja, ja, passt schon, alles gut. Dann wird sich das heute noch im Laufe des Tages ändern. Weil Baseballschläger ist da drüben. Ja, ich werde da meine Mittel und Wege finden. Ganz grob, um was geht es denn? Es geht einfach um eine Einschulung. Ja, klar, natürlich. Also im Groben schon. Also ich gehe da jetzt nicht voll krass in die Tiefe oder so, weil es soll ja trotzdem immer noch ein Unterhaltungsprodukt sein. Ich glaube, ich habe oft genug Dinge kritisiert und so. Und da wollte ich schon so, es soll unterhalten, es soll witzig sein. Es soll auch diesen ganzen Zynismus, den ich gerne mit einbaue, so ein bisschen. Und wenn ich mich dann zu sehr, wie soll ich sagen, in diesem Kritik am deutschen Schulsystem, ich glaube, da wäre ich nicht mehr rausgekommen, weil da gibt es einfach extrem viel zu kritisieren. Aber da sind sehr viele Nuancen in dem Buch, wo deutlich wird, wie ich mich dazu positioniere. Okay. Und klar, also ich arbeite seit fast neun Jahren im Grundschulbereich und habe da einfach sehr viel erlebt, sehr viel gesehen. Oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, und also was so der Impulsgeber war für die Story an sich, war eine Mutter in einem Elterngespräch, die zu mir gesagt hat nach der Einschulung, für ihr Kind ist einfach irgendwie so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, als das gemerkt hat, dass es für alles beurteilt wird. Dass es für alles eine Bewertung gibt. Verstehe, ja. Also du kommst irgendwie aus diesem Kita-Bereich, wo alles hin noch mit Schulkreis und viel spielerischer und natürlich mit pädagogischem Anspruch, aber sehr, sehr viel lower und sehr viel, ja, wie ich schon gesagt habe, spielerischer. Und dann kommst du auf einmal in diesen Grundschulbereich, wo natürlich nicht mehr so viel Frontalunterricht ist wie früher, wie bei uns. Aber es ist trotzdem immer noch so dieser antiquierte Anstrich von Performance und du kriegst zu allem ein Feedback und funktioniere hier mal schön, weil sonst hast du echt eine beschissene Zeit und so. Und das finde ich halt einfach immer noch total beschissen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte auch eine scheiß Schulzeit tatsächlich. Also an die Grundschulzeit kann ich mich noch erinnern, ganz gut, das war okay. Aber sobald es dann in die Baumschule ging, wurde es für mich richtig ätzend. Vor allem, weil ich Sachen lernen musste, die mich scheiß interessiert haben. Ja, genau, ja. Und die ich in meinem ganzen Leben nie wieder gebraucht habe, auch bis jetzt nicht, auch nie wieder brauchen werde. Hey, Integralrechnung braucht man schon täglich, oder? Ja, täglich, täglich im Bad mache ich das. Ja. Und lauter solche Sachen, wo mich dann echt gedisst haben und ich dann auch echt scheiße in der Schule war. Ja, okay. Und der Lehrer mich dann irgendwann auch aufgegeben hatte, der hat mich dann nur noch Fleckmar genannt. Oh Gott. Geil, ne? Ja. Und ich aber Fächer hatte, in denen ich immer Einser hatte. Das war so Musik, Geschichte. Kreative Sachen halt. Sprachen. Ja. Mathe war für mich die totale Scheiße. Ja, ich auch. Physik mochte ich nicht, Erdkunde pultbar. Und anstatt man mich irgendwie in den Sachen gefördert hätte, so Hauswirtschaft zum Beispiel kochen fand ich total geil. Ja. Weißt du aber, anstatt man die Leute da fördert, wo sie gut sind. Genau. Muss man einfach alles machen. Und dann hat man auch auf die Sachen, die gut sind oder indem man gut ist, irgendwann kein Bock mehr. Ey, absolut. Das ist halt, also das ist so eine Sache, die ich halt erlebt habe in der Schule und ich bin froh, dass ich nie wieder in der Schule muss. Warst du auf dem Land? Ah ja. In der Schule? Karlsbruch. Ah ja, okay. Landkreis Fürth. Ja, also... Kann man mit Stöcken auch so auf die Finger umsuchen? Das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Das wüsste ich. Das ist nicht wahr. Wir hatten schon Teser. In Franken ist es wahrscheinlich... Wir hatten schon Teser halt. Ja, ne, also ich kann das auch, ich bin ja auch auf dem Land in die Schule gegangen und ich hatte Gott sei Dank echt eine coole Grundschullehrerin, die mich gefördert hat, die das erkannt hat. Ja. Und die dann auch gesagt hat, ja voll geil, dann gehen wir da mal mit drauf ein und so. Und dann wusste ich auch relativ früh, was ich mag und in was ich mich austoben kann. Also gerade Aufsätze oder sowas war dann für mich ein Thema. Und das war dann halt einfach auch eine Deutschlehrerin, die das gewertschätzt hat. Die dann auch nicht irgendwie da gesessen hat, die schon gesagt hat, da sind 1000 Rechtschreibfehler drin. Und da hat sich jetzt auch nicht ganz an die Aufgabenstellung gehalten, sondern da wurde wirklich so, ich konnte schreiben, was ich wollte und es war schräg und total bescheuert. Und die fand es geil und hat es dann vor der Klasse laut vorgelesen. Also das habe ich dann Gott sei Dank auch erfahren. Also das ist auch immer so einfach gesagt, ja. Es ist immer so auch einfach gesagt, dass es irgendwie an den Lehrerinnen oder Lehrern liegt. Aber natürlich sind die auch nur ein Teil des Systems. Ja, es ist halt ihr Job und es ist halt wie bei jedem Menschen in seinem Job, wenn du mal 20 Jahre im Job bist oder sowas. Der eine macht ihn halt besser und hat halt immer noch dieses innerliche Feuer, wo er Bock drauf hat. Und für die anderen ist es halt nur noch ein Job. Absolut und es gibt auch ältere Lehrerinnen oder Lehrer, die immer noch Bock haben und da ihre eigene Note reinbringen und Anspruch haben und Kinder fördern und das erkennen und so. Und den Kindern auch gerecht werden können. Aber ja, wie gesagt, das System an sich ist so verzerrt und so verkeilt, dass es mich auch teilweise nicht wundert, dass es eben einen Lehrerinnenmangel gibt und dass es einfach auch in einem Lehrerzimmer eine dementsprechende Stimmung manchmal gibt, wenn man das betritt und so. Also das ist halt einfach, ja, da ist der Burnout-Faktor einfach extrem hoch, weil von dir wird so viel erwartet. Du musst irgendwas vermitteln, dann sollst du aber auch noch irgendwie auf die einzelnen Befindlichkeiten von Kindern eingehen, was auch mega wichtig ist, einfach gerade heutzutage. Weil du hast ja gesagt, du hattest eine scheiß Schulzeit. Wenn du jetzt wieder ein Schulgelände betreten würdest, du würdest im Mindset wieder zum Schüler werden. Und ich habe das ja auch als Betreuer an der Ganztagesschule. Ich mache Elterngespräche, ganz viel Elternarbeit, Elternabende und so. Und du merkst das so richtig. Die Eltern sind ja teilweise älter als ich und so. Und dann kommen die und dann sind die wieder ganz verunsichert. Und dann sitzt du an diesem kleinen Tisch auf diesem kleinen Spiel. Ja, voll. Also es ist wirklich so. Also auch in Elterngesprächen ist es total spannend, wenn du dann da sitzt und sagst, also reden wir mal über Kind XY. Ja, ich habe folgendes beobachtet, echt toll, hat der Potenzial, da geben wir noch ein bisschen Gas und hier voll die Interessen. Und die sitzen da und sagst, ja, ja, das sehe ich auch so. Und du denkst halt nur, ja gut, du kannst mich gerne wieder sprechen. Alles cool, weißt du. Da ist immer noch total diese Haltung da. Wie wir einfach durch dieses System einfach so kaputt gemacht wurden, dass wir da wieder zurück in unsere Kindheit gehen. Voll. Und wie du schon gesagt hast, das Allerwichtigste ist, bei einem Kind Fähigkeiten und Interessen, Leidenschaft zu erkennen und das zu fördern. Das zu fördern, ja. Da zu stehen und zu sagen, so, du hast gesprochen. Kann ja nächstes Jahr schon wieder anders sein, ne? Ja. Jetzt findest du Batman geil, nächstes Jahr findest du irgendwie Fußball gut. Ja. Aber es muss die Möglichkeit, andere Bildungsstädte geben, das für ein Kind zugänglich zu machen. Ja. Und das ist leider auch nicht der Fall. Wenn du teilweise an Schulen gehst, wahrscheinlich sogar in Kadolsburg, dann siehst du irgendwie einen abgerockten Bolzplatz. Viel zu wenig Räumlichkeiten, um irgendwie sich auszutoben, um kreativ zu sein und so. Und das wird halt nicht besser. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil da kommt gerade der Terrifier ums Eck. Der Terrifier. Ja. Der Terrifier. Der Terrifier. Genau, der Terrifier. Der Terrifier wäre ein geiler Schlagersänger aus den 70ern. Oh Gott. Hier ist Terrifier. Sehr gut. Hallo. Ja, das wäre natürlich. Ja. Ich stell mir gerade die Show auf der Bühne vor. Wäre interessant zu sehen. Der Terrifier. Der Terrifier. Ja. Ne, ähm, genau. Also, ich wollte ja eigentlich gar nicht über das Thema sprechen. Ich weiß nicht ja, deswegen habe ich dich ja reingelostet in das Thema. Ja, aber du merkst ja auch, dass ich dafür immer noch, also wie gesagt, ich bin ja täglich davon umgeben. Ja. Und ich will auch nicht alles schlecht reden. Das Buch hat auch ein Happy End. Ähm, und ich habe hier und da mal so ein paar kleine Duftmarken gesetzt, wo ich halt so genau diese, das auch in die Richtung mal so lenke. Auch bei den Leuten vielleicht, dass die mal so ein bisschen drüber nachdenken. Weil auch als Eltern, ne, ich finde auch dieses, dieses, ähm, dieses blöde Totschlagwort, Helikoptereltern finde ich auch so albern. Weil es ist voll wichtig, die Eltern mit in die Zusammenarbeit, in die Schule mit reinzuholen. Und auch die Eltern zu fragen, wie können wir gemeinsam alles dafür tun, dass es ihrem Kind gut geht. Weil das ist genau das Ding. Ein Kind, das morgens aufsteht und keinen Bock auf die Schule hat, verkackt. Und es hat nicht das Kind verkackt. Ja, das ist schon vorprogrammiert halt. Ja, klar. Ja, da hängt so viel zusammen. Das ganze System, die Eltern, das Elternhaus. Du weißt ja manchmal nicht, wie es zu Hause aussieht, ne? Ey, total. Das ist gar so eine Sache. Deswegen ist Elternarbeit wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass, dass alle Leute, die in dem Alltag mit dem Kind an der Grundschule oder auch an der weiterführenden Schule arbeiten, immer im Austausch sind. Ja. Dass du immer ein Gefühl dafür hast, wie geht's dem Kind? Ja. Was braucht das Kind? Was bringt das Kind von zu Hause mit? Wo können wir da vielleicht sogar schon ansetzen? Natürlich sensibel und mit Fingerspitzengefühl. Weil, wie du sagst, es gibt solche und solche Familien. Ja. 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 Krasses Thema. Wir könnten stundenlang überleben. Hau es in Stunden darüber weiter. Da haben wir nicht. Deswegen gibt's noch eine Abschlussfrage. Eine letzte Frage. Für dich. Wo ist Blocksberg hin? Ich hab keine Ahnung. Hatten wir schon bessere Antworten tatsächlich? Ja. Also das letzte Mal, dass er nochmal erwähnt wird, ist in der Folge Bibi ist verliebt. Da wird glaube ich sogar gesagt, dass er in Norddeutschland ist, weil er irgendwie Reha oder so. Ich hab keine Ahnung. Und ab dem Zeitpunkt ist Boris Blocksberg komplett durchgeschrieben. Ich find's krass halt. Dass man da einfach so ein Fragezeichen drauf gemacht hat und das nie gelöst hat. Ja. Voll. Und ich find, das sind mal, das sind so Verschwörungsnummern, wo man sich mal auseinandersetzen sollte. Nicht so Blödsinn mit 9-11 oder so. Nee. Wo ist Boris Blocksberg? Ich mein, vielleicht hat sich Bibi in ihren Bruder verliebt und die Eltern haben es mitbekommen und haben dann gesagt, okay, das kann... Weg mit dem. Die sind ja sehr konservativ, die Blocksbergs. Richtig. Die sind nicht progressiv. Nee, also da muss man wirklich mal auf den Zahn füllen. Also, vielleicht das Stohe in deiner Freizeit. Ja, wir hatten gestern auch schon Theorien, dass irgendwie wahrscheinlich ein Zauber furchtbar schiefgegangen ist und man redet einfach nicht mehr drüber in der Familie. Ja, das kann gut sein. Ich glaub, da wird sowieso relativ viel unter den Teppich gekehrt. Das glaub ich auch. Relativ toxisch auch die Familie. Das stimmt, ja. Wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Okay, Leute. André, so wollte ich sagen. Wo ist Boris Blocksberg? Genau. Wo ist er hinten? Is it in focus? Wahrscheinlich. Okay, André, vielen Dank für deine Zeit. Danke schön. Für ein Fest. Wir schauen weiter oder ihr werdet es mitkriegen, wenn der Abspann läuft, dann kommt halt nichts mehr. Ah, da kommt bestimmt noch was. War das schon bei Michael Wild? Nee. Also, Michael Wild, gucken wir mal. Also, Leute. Ich wünsch' euch noch was. Ciao, ciao. Ciao. Sauerkamp. So. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020